Hallo Zuschauer von myStory. Mein Name ist Christian, ich bin 38 Jahre alt und mein Drogenproblem ist Heroin, Kokain. Also ich bin ein Polytox und nehme eigentlich alles. Ja, ich bin der zweite Sohn von drei Kindern. Ich bin hier in Köln geboren, bin auch hier aufgewachsen und immer gewohnt hier. Wie ich zu den Drogen gekommen bin, ja meine Eltern haben sich früher scheiden lassen, da war ich zehn und ich war derjenige von den drei Kindern, der als Spielball benutzt worden ist und ich habe das so nicht verkraftet. Ich bin daran kaputt gegangen als Kind, bin dann bei meinem Opa aufgewachsen und war meine Oma. Mein Opa ist mein Vater und meine Oma war meine Mutter. Die haben mir alles beigebracht. Ich habe meine Schule beendet durch meinen Opa und meine Oma und mein Onkel war auch heroinsüchtig und dadurch bin ich, mit 13 habe ich das erste Mal Heroin probiert und da einmal nur und dann gekifft, habe ich das erste Mal. Ich habe Pett gezogen, also alles außer Kreck genommen, also LSD, Pilze. Ich habe alles genommen. Bis ich 18 war, mit 19 ist meine Oma gestorben und das habe ich gar nicht verkraftet und dann habe ich angefangen mit Schor, also mit Heroin. Das war 2001. Ja und seitdem bin ich richtig Heroinsüchtig, ich bin von der Droge nicht mehr weggekommen. Ich habe viel Therapien gemacht und ja, ich bin immer wieder rückfällig geworden, weil ich psychisch instabil bin, ich bin emotional instabil. Ich habe 2019 bin ich an das Krok gekommen, das ist eine Droge aus Russland, das ist so Heroin ähnlich und das hat mir die ganze rechte Wade weggefressen, also ich habe auf der rechten Seite keine Wade mehr. Ich war acht Wochen im Koma, also im künstlichen Koma durch die Drogen und ja, ich bin ehrlich Leute, durch das Heroin konsumieren, ich bin Hepatitis, ich habe Hepatitis, ich bin HIV positiv und das ist natürlich auch sehr hart für mich, ich weiß nicht woher. Ich nehme Medikamente dagegen und das alles, aber ich fühle mich einfach nicht gut dabei, wenn mit dem bisschen HIV, man kann keine Beziehung mehr eingehen, also ich kann das nicht mehr eingehen mit einer Frau, intim werden und das ist das, wonach ich mich natürlich auch sehne. Ja, ich vermisse das, mir fehlt das und um alles zu vergessen nehme ich Drogen und Heroin, Kokain, Benzodiazepine ab und zu und das ist ganz schlimm dann bei mir, weil ich nehme nicht eine Ributryl oder Diazepan, ich nehme direkt zehn Stück und trinke dann ein Bier drauf und ja, also dann ist bei mir out of order so, ich will mich dann wegschießen so, eigentlich will ich vom Leben wegnehmen, wenn ich das nehme, ich habe da keine Lust mehr zu nehmen, manchmal habe ich das. Ich habe Entgiftungen gemacht ohne Ende, ich habe so oft Entzug gehabt, ich war vor fünf Monaten noch im Diamorphin-Programm, das ist hier in Köln, das ist synthetisches Heroin, 90 Prozent reines Heroin, aber halt synthetisch, das kriegt man beim Gesundheitsamt und ja, das war sehr hart für mich, der Entzug, der war sehr hart, psychisch, ich war so spritzengeil auf das Zeug, ich wollte immer mehr, immer mehr, das ist ganz anders wie Heroin, ich kann das nicht beschreiben und die Entgiftung, man hat mir so viel Methadon gegeben, also 20 Milliliter Methadon und davon dann runter zu kommen in der Entgiftung, ich war neun Wochen in der Entgiftung, auch jetzt über Weihnachten, ich habe Heiligabend meinen ersten Nulltag gehabt und durch die Verletzung an meinem Bein, ich habe den Latissimus, das ist der Muskel von hier bei uns Männern, auch bei den Frauen natürlich, der ist jetzt hier, damit ich gehen kann, ich habe im Moment meinen Thrombosestrumpf an, so sieht das dann ungefähr aus, ich zeige das so ein bisschen mit transplantierter Haut und das alles, meine Wade so, das ist alles von meiner Wade und das hier ist der Muskel aus dem Rücken und ja, das ist natürlich für mich auch sehr hart, jedes Mal, wenn ich das Bein sehe, ich habe früher sehr gut Fußball gespielt, ich bin laufen gegangen, Therapie, ich war clean, ich bin aber immer wieder rückfällig geworden, immer wieder schwach geworden, weil ich halt einsam bin und mich nach Liebe, Zärtlichkeit, Geborgenheit, einfach nach allem sehne und HIV dann jetzt noch dabei, also Leute, das ist für mich ist das schon sehr schlimm, ich nehme zwar die Medikamente, aber psychisch, ich komme damit nicht klar und das ist der Grund, warum ich dann auch immer so heftig abstürze jetzt seit 2019, ja und dann über Weihnachten war ich ja eine Entgiftung, wie ich gerade gesagt habe, letztes Jahr und dann auf Silvester hat man mich verhaftet, zwei Stunden vor Silvester, weil ich im Oktober 2020 einen Termin verpasst habe, Mitte Oktober und dann hat man mich jetzt vier Wochen halt verhaftet, ich war in der JVA Köln bis zum Termin, weil ich hier mit einem anderen Mann bei der Essensausgabe, ist hier immer am Breslauer Platz am Hauptbahnhof in Köln und da haben wir einen geschlagen und dafür bin ich dann halt verurteilt worden jetzt letzte Woche, habe dann sechs Monate Bewährung bekommen, ich bin jetzt wieder bei 18 Monaten, das geht bei mir immer so, ich fange an zu sammeln, zu sammeln und dann bin ich zwei, drei, vier Jahre alles im Gefängnis und das ist mein Leben, ich habe meine ganze Jugend weggeschmissen durch das Heroin, ich habe alles kaputt gemacht, alles, ich habe einen Sohn, der ist jetzt vier geworden am 19. Januar, ich habe den noch nie gesehen, noch nie in der Hand gehabt, ich war bei der Geburt in Haft und das ist natürlich dann auch sowas, wo drunter ich leide, ich möchte halt nicht, dass der mich so kennenlernt in dem Zustand mit der Sucht, also ich möchte das halt nicht, weil mein Vater früher auch Alkoholiker war und das alles und uns halt auch sehr geschlagen hat, viel, meine Mutter, meine Brüder und mich und das sind dann halt so Sachen, die ich dann auch durch die Drogen verdrängen will, ich konsumiere Drogen, weil ich alles verdrängen will, in dem Moment natürlich, ne, ja. Ich bin natürlich, es soll, ich bin ähnlich, aber ich weiß nicht, wie wirklich, mein Vater ist so toll, ich bin ähnlich, weil ich ein bisschen gelegt, ich bin so oft auch nicht, ich bin solinehr und so clever, du mit deinen Geist, okay? Ich bin natürlich, ich bin so kurz, ich bin so sehr 아파, ich bin mal wieder, ich bin so sehr, 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 sehr wenn du eh Citabend hast, dass du nichts, ich soll, sehr, sehr viel grip, wenn du mich, also, sehr, sehr, sehr hart und sehr michtig, sehr, sehr gut. Also ich bin so sehr, sehr geehrte catast, sehr, sehr gut, sehr gut für die Drogen, Bis zum nächsten Mal.